Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer Videoaktivwache in Les Isambres, die jetzt im Mai bzw. Juni 2017 stattfand. Es geht ja bei dieser Aktivwoche um die Bildgrößen, um die unterschiedlichen Bildgrößen, an die sich die Teilnehmer heranmachen sollen, einfach versuchen sollen, Details zu sehen, halbtotale, totale, Detail, Detail, immer wieder Details, weil das eben das Salz in der Suppe für die Zuschauer ist. Das mögen die Leute, Details zu sehen, die Sie sonst an diesem Drehort nicht sehen würden. Ich fange hier an mit einem Trailer, der auch sehr schön zeigt die Beispiele des Weißabgleichs. Sie werden gleich staunen, dass der manuelle Weißabgleich mit dem Tageslicht, den Sie ja beim Mischlicht und eben beim Tag anwenden sollen, dass der auch funktioniert, wenn es eigentlich schon dunkel ist, wenn man mit entsprechendem LED-Licht aufhält. Sie sehen gleich, wie sich die Farbqualität dann radikal verändert, wenn Sie plötzlich nachts mit Automatik filmen. Dann sieht nämlich alles viel blasser aus. Also viel Spaß erstmal mit dem Trailer. Sie sehen, wie sich die Farbqualität dann auf echt. Sie sehen, wie sich die Farbqualität dann auch mit einer neuen Weißabgleichs-Mügelung der Gesangkümung, in der Kameras-Mügelung der Umgebirnen Neuang. Bis zum nächsten Mal. 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 Amen. 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 Als Drehort hatte ich mir für diese Seminarwoche Lagarde-Frenet ausgesucht, ein sehr schöner alter Ort, der hier ganz in der Nähe von Les Isambres ist. Das kam auch bei unseren Teilnehmern gut an und die Motivsuche war spannend. Der erste Film, den Sie jetzt sehen, ist von Herrn Schubert. Er hat sich an ein schwieriges Thema herangemacht, weil er nämlich zwei Tage wenige Zeit hatte für die Bearbeitung. Es musste also ein kompaktes Thema sein und er hat sich die Kirche von Lagarde-Frenet ausgesucht. Ein ganz schwieriges Thema, denn in der Kirche war es sehr, sehr dunkel. Aber sehen Sie mal, wie perfekt Ihnen dieser Film gelungen ist. Die Gemeindekirche St. Clement im Freinet wurde im 18. Jahrhundert wegen der wachsenden Bevölkerung auf den Grundmauern einer mittelalterlichen Kirche wieder aufgebaut. Der Glockenturm stammt noch aus dem Jahr 1571, wurde aber bei dem Wiederaufbau der Kirche mit einem Kampanile gekrönt. Aber schon 100 Jahre später wurde der Glockenturm der Kirche mit einem Kampanile gekrönt. Dann hat sie nicht mehr genügend Platz. Der erhoffte Erweiterungsbau scheiterte daran, dass die umliegenden Bürgerhäuser von der Gemeinde nicht erworben werden konnten. Der Glockenturm Untertitelung des ZDF, 2020 Die Fläche besteht heute aus einem einzigen Schiff. Seitenaltäre und Beichtstühle wurden entfernt. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Zuschauer wird nirgends hingeführt. Er verfolgt diese Kamera, aber er sieht eigentlich nicht, was da sein soll. Sehr schön, diese Blende, die unten ist, bei diesem Taufstein, wo es die Treppe so runtergeht. Die Kamera führt den Zuschauer die Treppe runter und dann in das Detail dieses Steins. Der saß zuerst nicht deckungsgleich mit der geblendeten Ersteinstellung. Das haben wir dann korrigiert. Ich habe Herrn Schubert gezeigt, wie man das macht, dass man in ein Bild hineinzoomen kann und es somit im Bild verschieben kann. Das ist sehr schön gelungen. Ich habe ja vor vielen Jahren ein Bewertungssystem, ein Punktesystem entwickelt, das wirklich sehr gut funktioniert und wo man fast blind darauf vertrauen kann, dass die Zuschauer die Filme so sehen, wie ich sie erkläre. Nämlich nach der Kreativität und nach der technischen Ausführung. Da bekam der Film von Herrn Schubert bei der Kreativität 28 Punkte und bei der technischen Ausführung 32 Punkte. Mit den 28 Punkten wurde er ein bisschen benachteiligt, aber das war natürlich das Thema. Das Thema dieser Kirche und die hohe Bewertung der technischen Ausführung war die Perfektion der Bildeinstellungen. Also auch schwierigste Einstellungen bei diesem schlechten Licht oder bei diesen schlechten Lichtverhältnissen, die die Maria mit dem Kind auf dem Arm zuerst von unten, so wie man sie wirklich sieht, und dann auf gleicher Höhe zu filmen und das aneinander zu schneiden. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Deswegen also diese hohe Bewertung. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Das war einfach sehr schön gemacht und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Und da gibt es einige Einstellungen, wo das so war. Eines der Symbole des Dorfes ist das Kreuz der Mauren. Es diente dem Dorf jahrelang als Blitzableiter, bevor es vom Rost zerstört wurde. 1978 wurde es jedoch wieder restauriert. Die bewährte Lage des Dorfes auf der Passhöhe gab ihm den Namen Garde. Daraus entstand der Name Lagarde-Frenet. Eingebettet im Herzen des Massiv des Maures hat das alte provenzalische Dorf seine Ursprünglichkeit weitgehend behalten. Durch mittelalterliche, enge Gassen, schlendernd, erkennt man den Reichtum des Dorfes. Es ist steinreich. Wände, Hausfassaden, Treppen, Straßen und Wege zeugen von der vergangenen Epoche. Musik Die Kirche ist dem Schutzpatron der Gemeinde St. Clemens gewidmet. Musik Ob dieser Feigenbaum jemals Früchte tragen wird? Musik 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 Auch als Bremsklotz kann ein Stein verwendet werden Steine werden auch heute noch als Baumaterial verwendet Auch für die Krone einer neuen Gartenmauer Selbst die Wasserhähne am monumentalen Brunnen die die Becken speisen sind mit Steinmasken verziert Viele liebevolle Details schmücken die Hauswände Dieser Katze ist der Platz auf dem Ziegeldach ein sicherer Ort zum Rekeln, Putzen und Relaxen Musik Ja, es waren also die Steine und die Mauern die das Thema waren Und was sehr, sehr schön gemacht wurde war die Abwechslung der Bildgrößen die vielen Details die zu sehen waren die der Zuschauer normalerweise nicht erkennt oder er geht ganz nah an die Mauer ran um diese Details zu sehen Auch sehr, sehr schön die artverwandten Dinge die zu Mauern gehören die Beschläge von den Fensterläden und so weiter Also sehr liebevoll gemacht viele, viele Details Die Musik hat gewonnen Sie haben das gemerkt Das war natürlich einfach eine sehr liebevoll ausgesuchte Musik Deswegen gab es hier für die Kreativität die zweithöchste Punktzahl nämlich 35 und 37 Punkte gab es für die technische Ausführung Auch hier erkennbar das war einfach sauber gedreht Von meiner Seite hätte ich den einen oder anderen Mini-Schwenk noch weggelassen Der war nicht ganz notwendig Höchste Leistung Allerdings der Diagonalschwenk den man gesehen hat der so leicht nach rechts und dann hinter in diese versteckte Gasse führte Das war schon Höchstleistung Da muss man sich halt sehr sicher sein und ein gutes Stativ haben damit man solche Dinge hinbekommt Aber das ist wirklich sehr gut gelungen So, dann kommen wir jetzt zum Siegerfilm Der mit der höchsten Bewertung Auch der nennt sich Lagarde-Frenet und ist von Elisabeth und Alfred Andris gemacht Die hatten bei der Bearbeitung so den Eindruck gemacht dass sie Schwierigkeiten haben Das stimmte aber überhaupt nicht Sie haben sich einfach auch wieder als Team über viele Einstellungen einigen müssen Und Sie sehen gleich am Anfang eine ganz raffinierte Einstellung bei der der Titel genannt wird im Bild praktisch genannt wird mit Ton Da man natürlich diesen Ton so nicht verwenden kann durch die Straßengeräusche haben Sie es bei der Nachvertonung dann nachgesprochen und zwar sehr synchron und sauber Also auch das ist eine gute Möglichkeit wie man manchen Ton retten kann indem man ihn eben synchronisiert Achten Sie auf die Einstellungen auf die schöne Abwechslung der Bildgrößen und finden Sie heraus warum es hierfür die meisten Punkte gab Sie sehen Impressionen aus dem keltischen Städtchen an der Côte d'Azur La Garde Frenet C'est bon Wir möchten Ihnen einige interessante Fassaden aus dem reizenden Ort zeigen So ein Fenster Das Fenster kann auch für allerlei Gerümpel gut sein Das Fenster kann auch für alle Gerümpel gut sein Das Fenster kann auch für alle Gerümpel gut sein und für alle Gerümpel gut sein Auch Kleintiere müssen hier nicht draußen bleiben. Oh lala, der Briefkasten ist heute aber voll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für das Team Andres gab es insgesamt 81 Punkte. Ich darf nochmal wiederholen, der erste Film, der drittplatzierte 60 Punkte, der zweitplatzierte 72 und der mit den höchsten Punkten 81. Dabei auffällig 46 Punkte für die Kreativität. Das kann man klar erkennen, das ist eben der Gag am Anfang mit der Vertonung des Titels. Aber es ist auch die schöne Abwechslung der Bilder und die Ideen, die da drin stecken. Den Hund mit einzufügen in diese Fassaden. Es ging ja um die Fassaden. Das waren einfach gute Ideen und jetzt hier am Schluss schauen Sie sich wieder selber ins Bild zu holen. Das machen die beiden gern, weil sie die Filme natürlich auch als Erinnerung nehmen. Und wenn man sowas in 20 Jahren anschaut, freut man sich einfach über die damaligen Ereignisse und weiß auch noch, wie man ausgeschaut hat, jung und knackig. Aber eben die Idee des Titels, der hier rechts in Klang läuft, das sind lauter so Dinge, die man für Kreativität oder Zuschauer die Kreativität bewertet. Nicht indirekt bewertet, nicht bewusst, aber wenn er dann Punkte geben soll, dann erinnert er sich daran und dann funktioniert das. 35 Punkte übrigens für die technische Ausführung. Da liegen Sie so ganz normal im Mittelfeld. Aber Sie haben noch das Kreuzchen bekommen für die beste Idee. Also alle Filme waren sachlich, inhaltlich perfekt. Aber hier nochmal das Quäntchen, beste Idee mit diesen Fassaden und zweifelsohne auch wieder Zusammenspiel zwischen Musik und die schönen Bilder und die Abbildungsgrößen. Das hat einfach wunderbar gepasst. Jetzt möchte ich Ihnen nur kurz erklären, dass wir im nächsten Jahr eine finale Masterclass in Les Saisons machen. Die normalen Seminare werde ich dort einstellen. In 20 Jahren waren doch sehr, sehr viele Filmer dabei. Und wir werden uns für die Zukunft, für die Aktivwochen wieder neue Drehorte suchen. Ich sage nur ein Stichwort, Rotenburg, Obter Tauber auf den Spuren des Mittelalters. Die Masterclass im nächsten Jahr wird all denen angeboten, die schon einmal, mindestens einmal bei einer Aktivwoche in Les Saisons dabei waren. Es soll sozusagen eine Belohnung werden. Und ich habe natürlich schon meine Kandidaten und Kandidatinnen gewissermaßen im Auge. Die haben jetzt auch diese DVD bzw. Blu-ray bekommen mit diesen Filmbeispielen. Und ich werde Sie gerne einladen, dass Sie da im nächsten Jahr 2018 dabei sind. Es ist der 27. Mai bis zum 3. Juni 2018. Schon mal unbedingt im Kalender vormerken und ich würde mich freuen, wenn Sie sich bald anmelden bei www.videoschule.de. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder und freue mich auf ein Wiedersehen. Herzlichst, Ihr Josef Veit. Mädchen-gestern, mein Jungs-G cases ¿Jugger? Die Mai bis zum 3. Juni 2018. Ihr Josef Veit. Die Mai bis zum 3. Juni 2018. Ihr Josef Veit. Ihr Josef Veit. Die Mai bis zum 3. Juni 2018. Meine Jungs-Gates. Willi-Jungs 00i 188. Ihr Josef Veit. Er let's getrennt. Ihr Josef Veit. Sie bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Jetzt bin ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020